Buenos dias queridos alumnos de CELA Spanish School Online. Heute erklären wir die unterschiedlichen Bedingungssätze. Dieses Video empfehlen wir für fortgeschrittene Schüler, die den Imperfecto und Plusquamperfecto des Subjuntivo schon kennen. In unserem Kanal gibt es Videos mit Erklärungen für diese Zeiten. Dieses Video gibt es auch auf Spanisch. Wir sprechen über die möglichen Bedingungssätze Oraciones Conditionales Possibles, die auch Oraciones Conditionales Reales genannt werden, und die unerfüllbaren Bedingungssätze oder Oraciones Conditionales Poco Probables oder Irreales, in Präsens und in der Vergangenheit. Wenn wir über Handlungen sprechen, die wir planen zu tun, verwenden wir Präsensindikativ nach der Bedingungspartikel C. Und die voraussichtliche mögliche Handlung können wir mit unterschiedlichen Zeiten des Indikativs ausdrücken, zum Beispiel in Präsens, Zukunft oder auch mit dem Imperativ. Lasst uns ein paar Beispiele machen. Si tengo vacaciones, iré o voy a ir a España. Hier spreche ich über einen möglichen Plan, etwas, das ich tun möchte, falls ich Urlaub habe oder bekomme. Si tengo vacaciones ist die Bedingung und die mögliche Handlung unter dieser Bedingung ist in einer Zeit der Zukunft, iré o voy a ir. Si tengo vacaciones, voy a España. Hier spreche ich über eine Gewohnheit von mir. Sobald ich Urlaub habe, fahre ich nach Spanien. Si tienes vacaciones, voy a España. Das ist eine Empfehlung für einen Freund. Falls du Urlaub hast, fahre doch nach Spanien. Mit dem Gebrauch von Präsensindikativ nach C drücken wir mögliche Bedingungen aus. Sprechen wir über nicht mögliche Wunschbedingungen, verwenden wir nach C den Imperfecto de Subjuntivo und für die nicht mögliche Handlung den Conditional Simple. Zum Beispiel Si tuviera vacaciones, me iría a España. Hätte ich Urlaub, würde ich nach Spanien fahren. Ich habe keinen Urlaub und kann nicht nach Spanien fahren. Es bleibt ein Wunsch. Wenn wir über eine nicht getätigte Handlung in der Vergangenheit sprechen und dessen nicht eingetretene Konsequenz, verwenden wir den Plusquamperfecto de Subjuntivo nach C und den Conditional Compuesto oder Conditional Simple im zweiten Teil des Satzes. Ich nenne diese Sätze Oraciones de Arrepentimiento Berojungssätze Si hubiera tenido vacaciones, me habría ido a España. Hätte ich Urlaub gehabt, wäre ich nach Spanien gegangen. Ich beziehe mich auf eine nicht erfüllte Bedingung in der Vergangenheit und auf die nicht getätigte Handlung als Konsequenz. Es ist auch möglich, den Plusquamperfecto de Subjuntivo in beiden Sätzen zu nehmen. Si hubiera tenido vacaciones, me hubiera ido a España. Wenn sich die potenzielle Handlung auf die Gegenwart bezieht, verwenden wir den Conditional Simple. Si hubiera ahorrado dinero, ahora no tendría que trabajar. Hätte ich Geld gespart, müsste ich jetzt nicht arbeiten. Muy bien, jetzt machen wir zusammen einige Übungen. Wir bilden unterschiedliche Bedingungssätze, mögliche und nicht mögliche. Die Bedingung ist Comprar una casa und die potenzielle Handlung No tener que pagar el alquiler. Si compro una casa, no tengo que pagar el alquiler. Ich beziehe mich auf eine Möglichkeit. Die Bedingung, ein Haus kaufen, hat als Konsequenz, keine Miete zahlen zu müssen. Si comprara una casa, no tendría que pagar el alquiler. Würde ich ein Haus kaufen, müsste ich keine Miete zahlen. Der Hauskauf ist weniger möglich. Die potenzielle Handlung kommt in den Conditional Simple. Tendría, no tendría que pagar el alquiler. Si hubiera comprado una casa, no tendría que pagar el alquiler. Hätte ich ein Haus gekauft, müsste ich jetzt keine Miete zahlen. Ich bereue, das Haus nicht gekauft zu haben. Die Konsequenz in der Gegenwart kommt in den Conditional Simple. Lass uns noch eins machen. Die Bedingung ist, mudarse a Europa, nach Europa zu ziehen. Und die mögliche Handlung tener que cambiar de empleo, den Arbeitsplatz zu wechseln. Wenn sie nach Europa ziehen, werden sie den Arbeitsplatz wechseln müssen. Hier sprechen wir über die Konsequenz einer möglichen Handlung. Si se mudaran a Europa, tendrían que cambiar de empleo. Würden sie nach Europa ziehen, müssten sie die Arbeit wechseln. Der Umzug und der Arbeitswechsel sind weniger möglich. Si se hubieran mudado a Europa, habrían tenido que cambiar de empleo. Wären sie nach Europa gezogen, hätten sie den Arbeitsplatz wechseln müssen. Wahrscheinlich sind sie deshalb nicht gegangen. Und noch eins. Die Bedingung ist, graduarse en Marzo. Im März das Studium beenden. Und die mögliche oder potenzielle Handlung ist, comenzar a trabajar en Mayo. Si te graduas en Marzo, comienzas a trabajar en Mayo. Wenn du im März das Studium abschließt, fängst du im Mai zu arbeiten an. Das ist eine Möglichkeit. Si te graduaras en Marzo, comienzas a trabajar en Mayo. Die Bedingung, das Studium im März abzuschließen, ist weniger möglich. Genauso wie die Handlung, mit der Arbeit zu beginnen. Si te hubieras graduado en Marzo, habrías comenzado a trabajar en Mayo. Hier gibt es keinen Abschluss im März. Es wäre schön gewesen. Bueno, mis queridos Alumnos, das war unsere heutige Lektion. Wir üben jetzt in unserem schriftlichen Material weiter. Los invito a una próxima videoclase. Ciao, hasta la próxima. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020